Es ist eine Waffe. Es ist eine Waffe. Es ist keine Idee, dass die Menschen etwas wie das hier machen. Ich stelle das Fahrzeug in Dienst. Danke schön. Wir hatten heute hier die Fahrzeugübergabe des Antibienfahrzeugs. Dieses Projekt wurde finanziert durch den Landkreis Gammersheim, durch das THG und die Produktion Zivil, sowie durch die EU. Es schwimmt schon mal besser, als damals das ALF-E-Mail. Mit den Einsätzen haben wir es so geplant, dass das Fahrzeug in Gammersheim stationiert ist. Wir, falls es in Frankreich im Bereich des Marat zum Einsatz kommt, wir nach Frankreich fahren, und dort die französischen Kollegen aufnehmen und die Fahrzeuge einer gemischten Besatzung besetzt werden. Wir planen dies gleich ebenfalls, dass wir gemeinsame Ausbildung an beiden Standorten Straßburg und Gammersheim durchführen werden mit jeweils gemischten Besatzungen, mit gemischten Dienst. Das ist ein Fahrzeug, ein Iveco Euro Cargo mit 280 PS, normale Serien-Allradfahrgestell, was umgebaut wurde zum Amphibienfahrzeug. Es hat ein Leergewicht von 10 Tonnen, eine Zuladung von 4, was bedeutet, dass wir 4 Paletten Sandsäcke verladen können. Oh, ich komme los! Das war's für die Produktion des Sons.